Hallo zusammen hier in den Kolbgang. Hier haben wir eine schöne Kalbshaunröcke von Emmental und eine schöne Wagyu-Hackbratte von Familie Fuchs in Bollingen. Hier haben wir ein bisschen Stampfkartoffeln, aber da gleich im Wasserbad oder im gekochtes Wasser. Das Beste ist, dass euch das Wasser aufkochen und dort hinein leiten, sodass es schön warm ist. Das ist die Soße und hier der Spinat. Ich würde noch nicht warm machen, sonst ist es dann braun. Hier beim Fleisch, ich würde euch empfehlen, dass es euch eine Gittersohne rein tun und sieben Minuten. Schöne Kalbsstückfleisch, sieben Minuten im Ofen. Und dann zum Hackbraten braucht sieben Minuten. Das kann es euch gerade so zusammen tun. Sieben Minuten an 170 Grad. Mega richtig. 170 Grad. Aber richtig ist das, dass es mit einem Gitter so dass es nicht der Saft auslaufen wird. Also machen wir es noch kurz im Ofen. Jetzt haben wir einen warmen Teller. Also zwei Zoll, zwei Zoll, zwei Zoll, zwei Zoll, zwei Zoll und zwei Zoll. Hier gibt es auch alle Tipps und Tricks und ja, das freut mich. So. Man kann es heute wieder ausbachen oder direkt so brauchen. Den Spinat kann man dort hinein tun und dann nehmen wir das Fleisch raus. So, das haben wir hier jetzt 7 Minuten vom Ofen. Mega, mega richtig, damit sie nicht gerade nervös werden, dass sie geschnieden und so. Wenn sie euch einen warmen Schuh blenden zu Hause, ich möchte euch dort über 70 Grad irriten, nicht richtig zu, dass es da rauskommt und dort minimum 5 Minuten bis 10 Minuten dort lassen. Und so, das ist der schöne saftig vom Kalb, bleibt drin. Und auch natürlich richtig, nicht direkt im Teller oder im Blech, das ist im Gitter immer. Und so, das ist eine schöne Zirkulation und so. Also, das soll ich euch gleich zusammenstellen. Nehmen wir gleich hier raus, das ist die Soße mit der Wurzel Gemüse schon drin. Jetzt haben wir dort schöne Rübeli, Sellerie, Pastinake drin. Und so, das ist so. Und so, das ist hier der süsses Winterspinatblätter. Schön cremig, kann man da a la creme gemacht. Und hier das Kartoffelstampf. So, drehen, dann kann ich, wie ich weiß, zum anrichten. Dann kann ich auch in Form hinein tun. Oder, ähm, natürlich so machen. Und dann in Form, wenn es weht, so, dann weht es drin so. Natürlich, wenn es in Form ist, kann ich schon vormachen, kann ich schon in Form machen, kann ich schon in der Schublade, in der Warmschublade, was eigentlich von daheim ist. Und dann kann ich das eigentlich immer wieder tun. So, li, voilà. Und dann schüsst du hier dann eine Feine Spinat. Und so eine Ocke. Oder, das sagt dir hier, schön mit der Butter, ähm, mit dem Flak noch mal so machen. So. So tun. Und da, hier, dort oben drauf. Und wenn es eigentlich weht, dann kann es eigentlich nochmal, natürlich, ähm, kurz anbraten noch. So. Das ist ein wenig schön mit der Butter, ähm, und es ist ein wenig schön, ähm, Kruste anzugehen. Und dann, ich so schneide das Steil, Mitte. Oh, Luda. Genau, sieben Minuten. Schön saftig. Mit dem, ja, so seit 20 Jahren. Mille so so ansiär übezio. So, innert du. Voilà. Mit dem Feine. Wurzel Gemüsesauce. So. Na, das reicht nochmal. So. So lange. Et voilà. So liegt er zu und zeig noch ne Er, das ganz, ganz wenig, Schlatycelle auber drauf. Uh, das freut mich schon. Muss man grad probieren. Das bräuchte mich, weil das ist gut ausgesehen. Natürlich, das ist schon ein vieh-fumusses Mehl. Das ist wirklich ein Brat dazu. Ein bisschen Stock. Ein bisschen Kartoffeln und Spinaten. Wow! Sonntag zusammen. Eine gute Freude und bis bald.